Hallo und guten Tag. Meine Lieben, ich bin ein wenig kribbelig und aufgeregt und zwar haben wir heute unseren ersten Teamblockhop. Es machen jetzt insgesamt zwölf meiner Teammitglieder inklusive mir mit und wir haben uns das Thema Frühling ausgesucht. Ich habe ein bisschen geguckt und was mache ich denn und ich hatte noch ein Projekt liegen, was ich machen wollte und habe mir das jetzt einfach genommen für den Blockhop. Das hier ist eine, wie heißt die noch im Englischen? Nee, Slidercard nicht. Ach, ich komme gerade nicht drauf, wie sie im Englischen heißt. Ich nenne sie jetzt einfach mal magische Karte, weil ich finde sie magisch. Ich habe mir ein quadratisches Grundgerüst genommen und eine Grundkarte, nicht Grundgerüst. Und wenn man diese Karte, also hier ist ein Loch drin, ich habe das jetzt hier mit dem Set abgehoben gemacht, gleich nehme ich ein anderes Set. Und wenn man sie dann aufklappt, schiebt sich das hier rüber und man kann einen Spruch oder sonstiges da rein machen. Ich habe diese Karten jetzt schon ganz, ganz viel gesehen in ganz unterschiedlichen Formaten und ich mag halt sehr gerne quadratische Formate. Deswegen habe ich mich hier für ein quadratisches entschieden und auch mein Projekt jetzt für den Blockhop wird eine quadratische Karte. Ich zeige euch mal, was ihr braucht. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden für das Set, das Produktpaket Ice Ice Baby. Das besteht aus einmal dem Stempelset. Das Stempelset nennt sich auch Ice Ice Baby. Da sind halt ganz viele Eissorten quasi drauf, unterschiedlichste und auch ganz süße Sprüche. Und was noch hinzukommt zu dem Set sind Framelits mit halt den unterschiedlichen Eistüten und Bechern und oben drauf und Eis am Stiel und Schokoglasur und sowas. Ich habe die drei, die ich für dieses Projekt benutzt habe, hier schon mal rausgelegt. Das sind nämlich, ich schütte das hier mal eben runter. Das sind diese drei, das ist einmal der Becher, das ist einmal die Eiskugel und der Schokoguss. Dann ist in dieser Reihe, das ist eine ganze Reihe im Frühjahr-Sommer-Katalog, in dieser Reihe gibt es auch DSP. Und zwar besonderes DSP, deswegen, weil es gibt zwei Blätter, die quasi schon embossed sind. Einmal das hier und noch ein zweites. Das ist nur von einer Seite, die Rückseite ist dann weiß. Und ich fand, das bot sich jetzt so extrem gut an. Und also habe ich die Außenkarte in diesem besonderen DSP gemacht, was schon embossed ist. Achso, die Maße wären nicht schlecht, oder? Ihr braucht eine Karte, die ist 4,8 lang, 5,5 breit und wird gefalzt bei 2,75. Das ist meine Außenkarte. Ihr könnt natürlich die Außenkarte auch in normalem Flüsterweiß nehmen und dann hier mit DSP verzieren. Denn ganz klar kann man auch machen. Ich habe mich jetzt halt für diese Variante entschieden. Dann braucht ihr eine Innenkarte, weil dieses besondere DSP etwas dicker ist. Habe ich hier den extra starken Farbkarton in Flüsterweiß genommen. Diese Karte hat die Größe von 8,5 x 5,5 und wird gefalzt genau in der Mitte bei 4,25. Hierfür braucht ihr zwei Stückchen DSP für innen. Dieses DSP stammt auch, ich drehe das mal eben kurz um, aus dem Genussmomente heißt das DSP. Passt also dazu, die Farben korrespondieren immer. Diese zwei Stückchen DSP haben die Größe von 5,5 x 4,1 und das Ganze halt zweimal. Dann haben wir das und zum Schluss habe ich nochmal in extra starken Flüsterweißkarton ein Stückchen genommen. Das hat die Größe 5,75 x 5,5 und auf der etwas längeren 5,75 Seite wird eine Falzlinie gezogen bei 1,25. Das ist nämlich, ich knicke das hier gerade mal eben um, das ist unsere Klebelasche. Klebelasche, wie immer bei Klebelaschen, ich schräge die ein bisschen an, dann kann ich sie etwas besser einkleben. So, wie das gleich zusammengebaut wird, zeige ich euch, was ich noch gemacht habe. Ich habe einen Eisbecher gemacht, erst gestempelt in Savanne und Schokobraun, hier unten für die Waffel, dann mit dem Framelit ausgestampft. Dann habe ich gestempelt in Melonen-Sorbet, weil das ist auch sehr, also das hier ist zum Beispiel auch Melonen-Sorbet, das ist in dem DSP halt drin. Erst gestempelt, dann gestanzt, das ist die Eiskugel und in Schokobraun, weil es ja Schokolade, habe ich dann nochmal diese Schokoladenhäubchen gemacht, das kommt hier oben drauf. So sieht dann das Eis aus. Und was ich noch gemacht habe in dem Set, ist ein schöner großer Spruch ist drin, nämlich schöner Geburtstag. Das habe ich ausgestanzt, habe mir das größte Framelit aus der Stickerei genommen. Und das ausgestanzt. Und was ich noch gemacht habe, das ist auch in der Serie mit drin, das sind diese, wie nennen die sich, Zuckerstreusel? Ja, Zuckerstreusel. Das ist eine Dose mit so Schüttelwerk, sehr klein. Ich zeige euch nachher nochmal, wie ihr das hier ganz schnell und völlig problemlos draufkleben könnt, sodass es keine Sauerei gibt und überall Kleberänder zu sehen sind. Das zeige ich euch aber nochmal. So, als allererstes, das lege ich gerade mal beiseite, habe ich das Stückchen gefalzt und werde hier mal eben das DSP reinkleben. Das ist mal das Erste, was ich mache. Das kommt in die Innenseite, weil das wird auch die Innenseite der Karte schon mal fertig. Die Außenseite habe ich gefalzt, wie gesagt, mit dem besonderen DSP. Und was ich jetzt mache, ist das Ganze ein bisschen vorbereiten. Das brauche ich erst nachher. Ich drehe mir das um und brauche einen Kreis, und zwar ein Framelit. Den lege ich mir, ich, als erstes muss ich mal eben, wo ist mein Bleistift, mir eine kleine Markierung auf der Hälfte machen. Das Ding ist ja fünfeinhalb lang, also bei zwei, drei Viertel, da mache ich mir gerade mal einfach nur einen kleinen Punkt. Das kommt nicht auf Millimeter drauf an. Und jetzt lege ich mir mein Framelit hier wirklich schön dicht an den Rand, mittig, und das stanze ich jetzt aus. Das mache ich jetzt als erstes Mal, und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Okay, einmal ausgestanzt, und jetzt geht das weiter, nämlich, diese Karte kommt nachher hier rauf geklebt. Das heißt, hier muss jetzt noch ein Loch rein, das ist die Innenkarte, und auf die andere Seite muss auch ein Loch. Was ich also mache, ich lege das gut übereinander, und mache mir eine kleine Markierung, damit ich genau weiß, wo mein Framelit hin soll. Ich mache einfach mal oben und unten so ein Stückchen Kreis, und da lege ich jetzt mein Framelit drauf, und das mache ich auch doppelt. Auf der zweiten Seite wird das Framelit nicht ganz durchkommen, aber dann habe ich automatisch genau da, wo das Framelit nochmal draufgelegt werden muss, eine, ja, schon mal angestanzt, und dann lege ich es da nochmal drauf, und schiebe es nochmal, oder rolle es nochmal, wie sagt man, kurbel es nochmal, durch die Big Shot, und dann habe ich hier auf gleicher Höhe zwei Löcher drin. Mache ich kurz, zeige ich euch gleich. So, beide ausgestanzt, das heißt, ich habe so in die Big Shot gelegt, hier mein Framelit drauf, dann war der Kreis draußen, und der war nur angestanzt, aber dann habe ich ja schon einen Rand gehabt, habe hier nochmal das Framelit draufgelegt, nochmal durch die Big Shot, und dann sieht das Ganze so aus. Okay, weiter geht's. Jetzt legen wir das hier, kleben wir übereinander, also wirklich schön die Löcher übereinander legen, und damit das gut passt, das hier ist kleiner als das, das heißt, hier kommt mein Tombow drauf, das mache ich mit Tombow, weil dann kann ich das gleich ein bisschen schieben, falls das nicht zu 100% passt, das ist dann etwas einfacher. Ein bisschen um den Kreis, damit das auch tatsächlich gut hält. So, und jetzt lege ich die übereinander, sodass auch schön der Kreis passt. Okay. Sieht sehr gut aus. Ein bisschen andrücken. Und fertig. So, und jetzt seht ihr schon, die Karte ist ein bisschen schon fertig, die Rückseite fehlt noch. Wenn ich die Karte dann aber aufklappe, dann schiebt sich das vor, und hier kommt dann quasi die geheime Botschaft. So, ähm, jetzt muss ich gerade schauen, wir kleben die Rückseite an. Auch das mache ich mit Tombow, weil auch da kann ich dann ein kleines bisschen schieben. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich noch die Rückseite mit ein kleines bisschen DSP verzieren, damit die nicht so nackig ist. Jetzt muss ich schauen. So, die Rückseite kommt an die Innenklappe, hier ran. Das heißt, ich lege das jetzt hier, das muss ich mal eben so machen. Ich lege das hier jetzt schön an. Dadurch, dass ich Tombow drauf habe, kann ich da noch ein bisschen variieren. Und dann, was ist das denn hier für ein Krümel? So. Und die klappe ich jetzt einfach um, und dann habe ich so eine komplette Karte. Und wenn ich das jetzt aufklappe, dann geht das hier rüber. Und ich sehe gerade, irgendwo hakt es, ach, das ist ja ärgerlich. Das hakt ein kleines bisschen, weil ich den extra starken Flüsterweiß genommen habe. Und der natürlich ein bisschen dicker ist. Ich muss gleich mal schauen, ob ich da noch was dran ändern kann. Das habe ich nicht bedacht. Mal eben gucken. Ich mache das dadurch einfach ein bisschen gängiger, dass ich hier ein Viertel abschneide. Und dann kommt das da nicht mehr ran. Das müsste eigentlich funktionieren. Mal eben schauen. Das habe ich leider nicht bedacht, als ich den extra starken Farbkarton genommen habe. Dass das da dran hängen bleiben könnte. Wollen wir mal eben gucken, ob das jetzt klappt. Und schon klappt es. Sehr gut. Daran lag es. Wenn ihr den normalen Flüsterweiß nehmt, wird euch das nicht passieren. Das ist bei der anderen Karte auch nicht. Also gar kein Problem. Jetzt fehlen uns natürlich noch die ganzen Sprüche und Stempelein. Was ich jetzt mache, auch hier, ich klappe die Karte zu, so wie sie zugehört. Und mache mir wieder eine ganz leichte Markierung oben und unten und meinetwegen auch an den Seiten. Damit ich einen Anhaltspunkt habe, wo ich stempeln soll. Hier sind jetzt meine Markierungen drauf. Und das ist wie gesagt nur ein Anhaltspunkt für mich. Weil in dem Fall möchte ich da gar nicht stempeln, sondern ich möchte... Ich muss kurz gucken. Ja. Ich möchte mein Eis dort reinkleben. Das heißt, das hier klebe ich glatt, schön hier unten an den Rand. Dann kommt die Eiskugel da drauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das tatsächlich an den Rand mache. Nein, ich gehe ein bisschen hoch. Ich glaube, ich werde erst einmal das Eis komplett zusammenkleben. Normalerweise würde ich das, wenn ich das auf einer Karte zum Beispiel mache, würde ich Dimensionals nehmen. Das wird mir hier aber stocken, wenn ich da mir ein Schnells nehme. Also dran hängen bleiben. Und deswegen nehme ich jetzt einfach nur Tombow und klebe das quasi platt übereinander. So. Hier ein bisschen. Hoppla. Mein gut, dass ich meine Silikonmatte unter habe. Da stört mich das gar nicht, dass das Ding sich jetzt gerade auf den Kopf gestellt hat. So. Da kommt jetzt der Schokoguss drüber. Okay. Und das klebe ich jetzt hier rein. Und auch das klebe ich glatt. Das hat schon genug Höhe. Ich hoffe sehr, dass mir das nicht hängen bleibt. Müssen wir gleich mal gucken. Okay. Okay. Und dann schauen wir mal. So. Ich das jetzt aufmache. Na. Das bleibt ein kleines bisschen hängen. Vielleicht kriege ich das aber noch damit hin, dass ich da ein bisschen extra Tombow drunter mache. Und das so platt wie möglich klebe. Mal gucken. Das ist das Blöde. Normalerweise auf der unteren Karte müsste man eigentlich zusehen, dass man dort den Spruch stempelt. Das passt jetzt aber bei mir gerade nicht. Wollen wir mal gucken, ob das hilft. Man muss die Karte tatsächlich anheben in meinem Fall. Na. Je nachdem, wie man sie schiebt. Okay. Doch. Abgeholfen. Wunderbar. So. Das gleiche mache ich jetzt hier. Ich klappe die Karte auf und mache mir hier wieder so kleine Markierungen an der Seite. Damit ich weiß, wo mein Stempel hin muss. Und dafür habe ich mir ausgesucht, zum Geburtstag nur das Beste und etwas Süßes obendrauf. Das stempel ich da jetzt in den Melonen-Sorbet rein. Einmal vorher kurz abstempeln. Das sieht sehr gut aus. So. Und das könnte ich natürlich auch ein bisschen schräg machen. Das sieht wahrscheinlich ganz witzig aus. Mal gucken. Okay. Und so sieht das jetzt aus, wenn ich es aufmache. Ja, das ist ganz witzig, wenn man das so ein bisschen schräg macht. Ja, finde ich gut. Was jetzt noch fehlt, ist vorne der Spruch. Das mache ich gerade mal eben zu. So. So. Und zwar habe ich mir, wie gesagt, das mit dem größten Oval aus dem Stickmuster ausgestanzt. Diesen großen, schönen Geburtstagsspruch. Und habe hier die kleinen Pailletten reingeklebt. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich mir einen kleinen Klecks Tombow auf meine Silikonmatte gemacht habe. Und das so leicht in den Tombow eintunke. Und das klebe ich jetzt hier einfach drauf. Halte das einen kleinen Moment fest. Und da ist dann halt kein Rand, weil der Tombow im Vorfeld nur da hält, wo er auch Fläche hat. Das heißt, ihr seht hier keine Kleberänder, weil ich habe hier keine Klebepunkte drauf gemacht, sondern die habe ich alle in meinen Tombow leicht eingetunkt. Und dann ist da nicht zu viel Kleber bei. Ich finde, das sieht total süß aus mit diesen Streuseln, weil das so schön knallebunt und frühlingshaft ist. Und zu dieser Jahreszeit, zu der grauen Jahreszeit. Ich persönlich esse nicht gerne Eis zu dieser grauen Jahreszeit. Jetzt muss ich mal gucken, wie mir das am besten gefällt. Ich glaube, ich möchte das hier so ein bisschen reinragen lassen. Nein, das mache ich oben. Das mache ich mit Dimensionals, damit ich da ein bisschen Fläche kriege. Tiefe, nicht Fläche. So, ein kleines bisschen schief. Und fertig. Oh, noch nicht ganz. Ich muss noch meine kleinen Markierungen nochmal eben wegradieren. Und fertig ist meine Magic Geburtstagskarte. Ich finde die total klasse. Ich ganz persönlich finde sie besonders schön, weil ich mag es halt einfach sehr gerne in quadratischer Form. Und wenn ich sie jetzt aufklappe und wie ihr seht, das hat geholfen, dass ich da nochmal ein bisschen extra Tombo rangemacht habe, dann kann ich sie so aufklappen und da bleibt nichts dran hängen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt im Rahmen unseres Blogkops zum Thema Frühling. Ich finde das schön knallebunt und das ist Frühling. Und Eis ist sowieso Frühling und natürlich nachher auch im Sommer. Aber sämtliche Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de Ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß beim Nachbasteln haben und schaut einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Dort ist der Blog-Hop dann ja online und unterhalb des Bildes auf meiner, auf der Startseite, unterhalb des Bildes, habe ich dann eine Liste mit all meinen Teammitgliedern, wo ihr einfach nur draufklicken müsst. Und dann seid ihr auf der nächsten Seite oder auf dem nächsten Blog und könnt euch das Projekt meines Teammitgliedes anschauen. Und so geht das dann immer weiter über zwölf Teammitglieder. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und ganz viel Frühlingsgefühl. Bis zum nächsten Video, bis dahin. Ciao, ciao!